Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Manche Kinder wollen Astronautin, Lehrerin oder unsichtbar werden. Und von anderen ist der Traumberuf als Serienkiller. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier beim Tele-Stammtisch. Wir reden heute über When the Screaming Starts. Mein Name ist Kathi und heute an meiner Seite ist die liebe MJ. Hallihallo. Hallöchen. Wie erwähnt, wir reden heute über die Mockumentary When the Screaming Starts. Und die erinnert durch ihr Poster und wird auch so vertrieben doch schon sehr an What We Do in the Shadows, den ich letztes Jahr zum ersten Mal gesehen habe und eigentlich ganz gut fand. Aber ich bin auch generell eine Freundin von Mockumentaries, also ich mag auch Spinal Tap und so. Wie ist denn das bei dir? Magst du Mockumentaries? Kennst du What We Do in the Shadows oder wie ist dein Stand da? Den kenne ich tatsächlich nicht und gut, dass du es nochmal gesagt hast, denn das interessiert mich jetzt tatsächlich, den nochmal nachzuholen. Ich bin eher so Modern Family-Versier. Also das ist so eher die Mockumentary, die ich kenne und die ich auch ganz gelungen finde. Ja, und jetzt habe ich mir diese Mockumentary angeschaut. Ja, wollen wir darüber sprechen, über den Inhalt drüber sprechen? Ja, wollen wir über die Mockumentary sprechen? Ja, wir müssen fast. Genau. Ich fasse das mal kurz zusammen. Es geht um Norman Graysmith, der sich selbst als preisgekrönten Dokumentarfilmer sieht und der hat ein neues Projekt. Und zwar trifft der oder begleitet der Aidan Mendel, der sich für eine Karriere als Serienkiller entschieden hat und ganz nach Vorbild Charles Manson holt er sich dann auch noch so den einen oder anderen Soziopathen und Idioten ran. Und ja, und das ist eigentlich schon so der ganze Plot, der da ins Rollen kommt. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand den jetzt semi-lustig. Also ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass es eine Komödie ist, aber vielleicht ist das auch der Synchronisation geschuldet. Aber ich habe so das Gefühl, die haben sich so ein bisschen verhoben mit der, eigentlich auch mit der Ernsthaftigkeit des Themas. Ja, genau. Du hast es schon angesprochen. Also die Synchronisation ist eine absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich nehme an, gar nichts. Ich weiß nicht, wenn ich das schlechte mal so eine beschissene Synchron gesehen habe. Die hört sich beschissen an, da ist nichts synchron, auch nur irgendwie. Und ja, die Übersetzung ist okayisch. Und ja, auch wie du gesagt hast, also ich weiß, ich habe nicht genau gewusst, was ich erwarten soll. Aber What We Do In The Shadows ist eigentlich recht lustig, aber hat zumindest eine Geschichte. Das Ding, also ich weiß nicht, was der Film von mir will. Ich weiß nicht, ob der gruselig sein will, ob der edgy sein will, ob der spannend sein will, ob der lustig sein will. Der dümpelt so vor sich hin. Der hat keine Spannungskurve, der hat keine lustigen Momente. Man cringet höchstens ein oder zwei Mal, was ich denke so, Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, absolut. Ich habe mich nicht gegruselt, ich habe mich nicht unterhalten gefühlt, ich habe gar nichts damit, ich habe nichts gefühlt, ich war einfach leer. Ja, es war halt total over the top. Also ich fand, es war alles völlig zu überzeichnet. Die Charaktere waren zu überzeichnet, sodass man überhaupt nicht mit denen irgendwie in Kontakt gehen konnte. Oder Empathie oder irgendwie, also da fehlte halt irgendwie so die ganze Basis und der schleppte sich auch tatsächlich. Und ich fand, also ich habe lange überlegt, was ist denn die Moral oder was soll mir der Film denn jetzt sagen? Und ich glaube, es ist so, was bist du bereit oder wie viel gibst du moralisch auf, um Ruhm zu erlangen? Also was bist du bereit? Also wann erstirbt der moralische Kompass? Ja, ich meine, wenn man will, kann man ganz sicher Moral in diesem Film suchen. Ich weiß nicht, ob es das jetzt braucht. Ich wollte ihn ernst nehmen, ich wollte ernst nehmen, dass da jemand als Regisseur, das ist ja Conor Burrow, der offensichtlich ja etwas, also jemand, der einen Film nach außen trägt, möchte ja etwas damit erreichen. Nein, nein. Meinst du nicht? Also ich bin mir ganz sicher, dass das nur zum Geldverdienen war. Ich glaube nicht, dass der irgendwelche Wirkungen mit diesem Film erzielen wollte. Ich glaube, das war nur, dass er seine Miete zahlen kann. Ich hoffe es zumindest, weil, also... Und jetzt kommst du, meinst du, der konnte seine Miete damit zahlen? Ich hoffe zumindest, weil er seine Seele dafür verkauft hat, dass er seine Miete zahlen konnte dafür. Ja, ich fand die schauspielerische Leistung halt auch total schlecht. Ich fand's schlecht. Ja, ich weiß nicht, ob das auch der Syncro geschuldet ist oder ob die halt einfach wirklich schissen war. Aber ja, die ganzen Charaktere nerven, sind unangenehm, hart fragwürdig, also teilweise auch. Der einzige Charakter, der mir wirklich leidtut, den sieht man auch nie, ist eigentlich der Kameramann. Also von diesem Dokumentarteam, das ist eben der... Das sind wir. Der Typ unserer Kameramann und der ist eigentlich dem am meisten leidtut, weil der musste überall immer mit hinrennen, wenn sie Leute umbringen, versuchen Leute umzubringen. Naja, aber das ist der Punkt, das hat mich extrem gestört. Aber das war halt auch eine sehr bequeme, faule Entscheidung zu sagen, es gibt da diesen Kameramann, der aber nie gesehen und der halt auch überhaupt keinen Part in dem Ganzen annimmt. Also der total un... Also der hat keine Person, also deswegen hab ich irgendwann gedacht, okay, wir sollen der Kameramann sein. Also wir sind der Kameramann. Und das fand ich halt auch... Ich weiß nicht, das ist ja das Einzige, was ich wirklich gruselig an dem Film fand, war die Kameraführung, weil teilweise so quackelt, dass mir echt schlecht wurde. Okay, ja, ja, stimmt. Auch, ja, ja, stimmt auch. Ja, da sollte halt so extrem gezeigt werden, dass es eine Dokumentation sein soll. Ja, genau, genau. Irgendwie wirklich auf diesem, ja, okay, das ist eine Dokumentation, das passiert hier wirklich darauf gepocht, aber halt jeder Dokumentarfilm mit auch ein Fünkchen an Moral hätte sich dem Thema ja nie angenommen. Also wer will schon einen Serienkiller dabei, bei seinem Werdegang beobachten im Prinzip und dann auch diese ganze Sensationsgeilheit, dieses, oh, das wurde noch nie gefilmt, bla bla bla. Also fragwürdig von allen sein. Ja, ja, ich fand es auch tatsächlich pietätlos. Also ich hab auch so ein bisschen irgendwann so, ich weiß nicht, zwischendrin so gedacht, okay, das kann man irgendwie auf die Schippe nehmen und ja, da kann man jetzt den Spiegel vorhalten, wenn man bedenkt, dass das ja auch gerade ein krasser Hype ist mit den ganzen True-Crime-Dokus und der Serienkiller-Hype an sich, auch mit dem Podcast und so weiter. Aber ich hab mich dann schon so, also das meine ich halt, also wo ist da, wo wird einem der Spiegel vorgehalten, das wird es halt gar nicht. Und dafür finde ich es dann eben zu, da finde ich das Genre zu schlecht gewählt für diese Thematik. Ja, vielleicht auch gar nicht das Genre zu schlecht gewählt, weil an sich kann ja so eine Mockumentary ja schon Sachen aufzeigen, aber so wie das umsetzt worden ist, mit den Charakteren, die da drinnen sind und einfach die ganzen Herangehensweise, ist das halt kein, also das ist halt keine Satire oder irgendwas, es ist nicht smart genug für die Satire. Es ist halt einfach nur stumpfes, oh schaut's da und das passt halt einfach nicht, dafür ist das Thema auch irgendwie zu sensibel oder auch zu, weiß nicht, zu aufgehend oder zu groß in der Popkultur verankert, um das irgendwie auf so eine Art und Weise anzunehmen. Ja, oder einfach so abzuarbeiten, als müsste man das eben nicht kontrovers danach sozusagen besprechen. Also ich finde das, dafür ist das halt einfach zu ernst das Thema und das, glaube ich, hat auch diesem Humor gefehlt, dass es da keine ernsthafte Balance gab. Ja, also ich finde auch, also der Vergleich mit What We Do and The Shadows, ich meine, bei What We Do and The Shadows geht es um Vampire und Werwölfe und so. Das ist halt einfach, das ist, da geht es halt darum, dass Leute, oder dass manche Leute von Vampire-Levy gebissen werden. Das ist jetzt nichts, was in unserer Gesellschaft, sag ich mal, passiert. Deswegen funktioniert das dort wahrscheinlich auch einfach besser, als jetzt bei, sag ich mal, dem Werdegang eines Serienmörders. Ja, weil es wahrscheinlich metaphorisch gemeint war und man sich trotzdem da irgendwie mit, also die Persönlichkeitsmerkmale trotzdem vorgibt. Aber hier war es ja tatsächlich so, entweder man ist ein Idiot gewesen oder man ist ein Soziokrat gewesen und mit beiden kann ich mich oder möchte ich mich nicht identifizieren. Daher verstehe ich. Das einzige wirklich Gute war die Musik von seiner Ex-Band. Die hatten, also da gibt es mal so einen Ausschnitt, wo sie so sein führiges Leben zeigen, dass er mal in einer Band war und dann wird da so ein drei Minuten langes Musikvideosprinzip eingespült. Aber den Song fand ich actually gut. Ich fand den Gag gut. Cannibal Death March war richtig gut. Ja. Ja. Der Gag war gut und auch, dass das Musikvideo an sich war, damit sehr schlecht im CGI, aber sehr charmant. Ja. Und ja, das war aber auch schon das einzige Gute an dem Film, glaube ich. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob der freiwillig oder unfreiwillig auch teilweise so Meme-Culture bedient, weil es gibt diese eine Szene, wo er nach seinem ersten Fähigschlag und Mord irgendwie den Schwanköpfen gehen möchte und dann von einer Gans gebissen wird. Und seit, es gibt dieses Videospiel, wo man auch so eine Gans ist und dann, also Sachenstil und so, seitdem ist ja auch so eine Gans in der Meme-Culture riesengroß und lustig und so. Ich weiß nicht, ob der Film das freiwillig oder unfreiwillig macht. Ich finde Bias cringe. Ja, ja, aber das mit dem einen, mit dem Death, Cannibal Death March fand ich auch. Da habe ich ganz kurz Hoffnung gehabt, dass es da noch so ein paar Ausschläge gibt tatsächlich. Aber, ja, ja, also ich finde es auch, ich finde den ganzen Film tatsächlich ein bisschen fragwürdig, was damit erreicht werden sollte. Ja, und ohne viel zu spoilern, ich finde das Ende ist auch einfach ein riesen IT-Crowd-Sketch. Und das haben die damals schon gemacht und das haben die damals auch hunderttausend Mal besser gemacht. Okay. Habe ich nicht gesehen, aber... Ja, muss nachholen, sehr, sehr gut. Ja, dann werde ich mich dann wahrscheinlich besser entertaint fühlen, wenn ich das nachgeholt habe. Ja, definitiv, definitiv. Aber was ich dich noch fragen wollte, denn mir ist aufgefallen, da gibt es ja auch eine ganz klare geschlechtsunterschiedliche Darstellung. Die Männer sind Idioten und die Frauen sind Soziopathen. Ja. Und da habe ich so gedacht, okay, warum? Ja. Warum ist das nicht ausgeglichen? Also ja, ich weiß genau, was du meinst. Also dieses, das habe ich ja schon vorher gesagt, die ganzen Charaktere sind fragwürdig. Also er und seine Freundin, die auch nur meinen, ja, wir haben Sex, wenn du wieder umbringst. Und ich habe auch so gedacht, okay. Ja, also er ist ja ein absoluter, absoluter, weil er ja hörig, wenn du es so nimmst. Also Aiden hat selber, der einzige Antrieb, den er hat, ist, mit Claire zusammen zu sein. Das ist halt, das kann man ja schon tatsächlich so sagen. Genau, und dafür will ich auch irgendwie alles tun, aber ich finde alle diese Figuren fragwürdig. Die haben keine Tiefe, ich habe kein Interesse an denen. Es ist einfach nur Kopfgeschüttler. Also du hattest ja gesagt, du hättest tatsächlich eine ganze Liste, aber ich glaube, das bleibt das alles ganz gut. Ich habe mich nur aufgeregt beim Schauen eigentlich und war so, oh Gott, nicht das auch noch, nicht das auch noch, nicht das auch noch. Ja, und ich habe so, ich habe wirklich gedacht, naja, komm, das ist Low Budget, wahrscheinlich. Man weiß nicht unter welcher, unter welchen Bedingungen, mit welcher Zeit und so weiter. Und ich finde, da muss man auch, also ich bin dann jedes Mal noch so, dass ich denke, man weiß nicht unter welchen Umständen das so zusammengewürfelt wurde. Aber es gibt auch einige Perlen, die wenig Budget hatten und die wenig, wahrscheinlich auch wenig Zeit hatten und trotzdem mit professionellen Team Perlen, also wirklich Perlen hergestellt haben oder da sind Perlen rausgekommen. Das ist heutzutage vielleicht keine Überraschung mehr, aber es gibt auf jeden Fall YouTube-Videos, die besser produzieren und bessere Geschichten erzählen, besser ausschauen als das. Ja, Conor, bitte, wenn du das nächste Mal deine Miete irgendwie bezahle, mach, versuch es einfach mal über YouTube. Genau. YouTube-Kanal. Okay, ich weiß nicht, hast du noch einen Punkt? Wenn nicht, müssen wir noch die alles entscheidende Frage beantworten. Ach so, einen Punkt. Nee, nee, ich glaube, wir haben eigentlich alles ganz gut zusammengetragen. Okay, dann hätte ich gesagt, zum Abschluss beantworten wir die alles entscheidende Frage, when does the Screaming start? Gute, wirklich gute Frage. When does it start? Also, ich kann für mich sagen, im Film gar nicht, bei mir aus Frust nach zwei Minuten circa. Nee, nach zwei Minuten noch nicht, aber ich glaube, ich glaube, nach der Dinner-Party war bei mir so, okay, come on, also wie soll das alles, wie kann man das überhaupt auflösen? Also, da war bei mir so der innere Knopf umgedreht, wo ich gedacht habe, ab jetzt wird das nur noch abstrus und es wird nicht mehr ganz glaubwürdig. Aber, ja, ich glaube, bei der Dinner-Party hat es angefangen zu starten, tatsächlich. Da hat das, also auch im Film ging da das Gekreische los. Ja, 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 aber ... Ich weiß, ich weiß, worauf die Frage abzielte, aber ja, genau. Gut, dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch von dem Film warnen oder ganz komisch interessig weg, dann schaut es ihn euch gerne an. Für mir Material. Wenn ihr andere Besprechungen auf dem Tele-Stammtisch hören wollt, die vielleicht über bessere Filme gehen als dieser hier, dann schaut gerne mal bei YouTube oder auf Spotify nach, da könnt ihr uns auch gerne bewerten oder auch uns auf Insta folgen. Würde uns sehr freuen. Ich bedanke mich bei dir, MJ, für diese ... Ich meine, der Film war scheiße, aber die Besprechung war zumindest sehr nett. Ja, die war spaßig. Come on, ich habe jetzt mehr gelacht als im Film. Ja, definitiv. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao und danke. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso verlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gerne immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.